was geht ab heute wieder schätzfragen mit bestrafung die bestrafung ist eine was geht ab zehn fragen nach jeder frage der verlieber kriegt ein schmackofahrtzuschuss die software hat der wieviel der amerikanische präsident ist donald trump okay drei zwei eins einundreißig kürz 20 you need to just dritte du hast gesaubert bruder du hast gesaubert Wem war eigentlich? 45. Ich schwör auf alles. Ich schwör auf alles. Ich schwör auf alles. Habe ich auf 31 gemacht, weil er ein Hund ist. Wie teuer ist die Mona Lisa in Dollar? Ist auf jeden Fall eine stramme Summe, Digga. Bin ich ehrlich. Ich hab richtig übertrieben. 3, 2, 1, go. Hast du 100 Millionen? Warte, hast du 100 Millionen? Ich hab auch 100 Millionen. Dann musst du was anderes machen. Schenk, Schenk, Schenk. Wer entscheidet höher oder tiefer? Ja, ok. Gehst du höher oder tiefer? Scheiße, Digga. Ich geh höher, Digga. Nein, tiefer, tiefer. Entscheide dich jetzt. Ich geh tiefer. Ich hab mich gleich gestellt. Ich hab mich gleich gestellt. Die Mona Lisa kostet in Dollar 793 Millionen. Ich schick doch diese Mona Lisa, Digga. Ach Digga, das ist schon eklig, Digga. Richtig eklig. Bruder, du hast gerade was Gutes gesagt. Wie viele Hunde gibts auf der Erde? Also 2 seh ich schonmal. Das ist mal klar. Oder so viel kann ich gar nicht tippen auf Hände. Ich schwöre so viel gar nicht, Digga. Hä? Ja, ich schwöre. Das geht nur 999 Millionen. Auf Handy. Alles gut, Digga. 4. 4 Milliarden. Bruder, ich hab gerade 400, Digga. 500 Millionen. Bruder, du bist genau richtig dran. Genau 500 Millionen. Oh nein, Digga. Doch. Ah, warum sag ich? Du wolltest nicht, dass ich in die Mitte schiebe. Wie lang ist das gesamte deutsche Straßennetz? In Kilometern? Oha, Digga. Was ist das für zu tun? Das kann man nicht wissen. 5, 4, 3, 2, 1. Eine Billion. Eine Billion Kilometer. Wer hat dich gefickt, Bruder? Bruder, keine Ahnung. Deutschland. Eine Billion Kilometer. Das Straßennetz. Billion, Billion, Billion. Ich hab eine Billion. Allah dreht dich um. Bruder. Ja, Mann, Digga. Ich schwöre, Mann. Hör mir auf. Bei mir an die Schüssel, Digga, Mann. Bruder, 644.000 Kilometer. Ja, das ist die Antwort gewesen. Das ist halt eine Billion. Was ist das eine Mission? Seid ihr bereit, Nächste? Ja, frase. Wie lang fliegt man von Hamburg nach Myanmar? Was ist das? Wo ist das? Weiß ich nicht, Bruder. Wie lange? Weißt du, wo es ist? Ja, Myanmar ist das. Google doch. Ah, ich weiß D дв Drauf. Sagt einfach. Drei, zwei, eins. 16 Stunden. 14 Stunden. Der hat mir geguckt, der einen. Nein, das ist schlimm. Du wusstest, dass du Mixer, ne? Genau, 16. Habt ihr noch mal? Wie viele Autos sind in Deutschland zugelassen? Die Freien sind echt gut. 3, 2, 1. 60 Millionen. 4 Millionen. Und 60 Millionen. Der war wild, Digga. Der war auf T-Shirt. Der war... 4 Millionen, Digga. Es waren 43 Millionen 851.230. Ich mach 4 Millionen, Digga. Ich dachte so, 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Ich dachte nicht jeder aus dem Auto. Naja. Aber, Bruder... Ich glaub, er lügt, Digga. Ich glaub, mir die lügt manchmal. Ich hab gar nicht nachgesagt, Digga. Ich mach 4 Millionen, Digga. Wie lange würde es dauern, auf dem Äquator, um die Erde zu spazieren? Zu Fuß? Spazieren, so auf locker. Ich hab mein ganzes Leben nicht blöd. In Stunden oder was? In Tagen. Soll ich euch einen Tipp geben? Es sind nicht so viele Tage, wie man denkt. Man denkt so richtig übertrieben, aber... Es sind schon viele, aber unter 1.000 Tage auf jeden Fall. Was? Unter 1.000 Tage? Nein, 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 ist vorbei. Ich hatte 5.000. Jetzt hab ich 1.000. Das ist so schön. Ich hatte 1.500. Okay. Waren unter 1.000 ehrlich? Ja, aber jetzt ist... Jetzt wird man zu schnell... Digga. Ich glaub nicht, Digga. Das ist sauer. Hä? Du hast doch 1.000 gesagt. Nein, Digga. 5.000. Er hat gar keinen Bock mehr, Bruder. 7.0. Wie hoch ist der aktuelle Tweets pro Sekunde Rekord? Also bei Twitter? Boah, Twitter, Digga. Ich hab noch nie Twitter bei dem gesessen. Was ist das? Twitter-Beste. 3, 2, 1, Gib ihn. Das ist zu wenig, ne? Wie hast du? Ich hab 80 Millionen. Was? Bruder, ich hab 4.000, Digga. Geht euch um. 4.000? Bitte, nein. Ja, Mann, Digga. Ja, Mann, das ist der, Digga. Es waren 6.939. 80 Millionen, Digga. Wie lang ist das größte Containerschiff? In Metern. 3, 2, 1. Gib ihn. 800. Meter. Ja. Okay. Ich krieg ihn durch, Junge. Du, du. 100. Oh, ich hab die Schuhe, ich hab die Schuhe, ich hab die Schuhe. Das ist so viel, Digga. Ich hab das schon eigentlich versucht. Ich schaue das Ziel mit runter, weil das Ding ist kann ich nicht mehr kratzen. Scheiße. Wie viel war das? 400 Meter. Letzte Frage, Jungs. Seid ihr bereit? Ja. Wie mir. Wie viel Prozent der Menschen sind schon mal Flugzeug geflogen? Ja, 3, 2, 1. Yallah. 70 Prozent. Ich hab 28. Okay, Digga. Das ist spannend. Die Schuhe sind spannend. Ja, Digga. Ja, Digga. Jawoll. Ja, wo ihr Beine doch rasiert, Digga. Wie viel war's? 5 Prozent. 5 Prozent der Pünge und nur Flugzeug. Ich hab gesagt, 30 Prozent ist schon zu viel, Digga. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lass ein Like da lassen, Abo da. So, jetzt bin ich nochmal dabei. Dann wurde's richtig gebumst, Digga. Ich schwöre, Bruder. So, was?